Das ist ja eher die alte Küche, ganz kalorienfrei. Kaum Zucker. Da muss man aber aufpassen, dass es keine Nussbutter gibt. Es ist nicht zu heiß, wenn es nicht so lange geht. Ach, bitte. Vielen Dank. Bitte, bitte. Dann kann ich vorne ein bisschen. Ich mache ein bisschen Zitronensaft. Sieht mir richtig, dass der Karamell unten fest geworden ist. Und den lasse ich jetzt einfach sich von selbst lösen. Ich glaube, ich mache so viele物ons lesen. Aber ich kann überall alles in cima. Ich glaube, Sie können darüber...... Ich finde das sehr, sehr gut. Das war ein bisschen. Ich habe hier ein bisschen über die Nullchen. Ich habe hier ein bisschen aufgelöstet das. Vielen Dank.